Hey Leute, ich habe ein Paket bekommen. Mal wieder, wie immer, ihr könnt euch ja denken warum. Von Fitmart. Ich weiß was drin ist, aber ich tue es als ob ich es nicht wüsste und überrascht wäre. Ich habe nämlich gehört, es gibt neue Eiweißpulver Designerway Geschmacksrichtungen. Und zwar ziemlich viele. Ein Haufen Verpackungsmaterial, das ich für meinen eigenen Shop benutzen werde. Und hier steht es drauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Geschmacksrichtungen. Ich glaube für dich sind auch welche dabei. Was sind deine Lieblingsgeschmacksrichtungen generell? Schoko. Schoko irgendwas, das hat mich überfordert. Und mit Erdnussbutter, alles mit Erdnussbutter. Ich glaube da gehört fast die Hälfte an hier dir. Erzähl mal. Oder besser gesagt, ja jetzt machen wir jetzt eins noch drei. Nummer eins, das ist sogar cool. Neues Design sieht viel besser aus als vorher. Das ist für mich. Strawberry Cream. Gleich das Beste am Anfang. Vanilla Milk. Ist sogar mit Stevia gesüßt. Das sehe ich gerade. Das sehe ich gerade. Cool. Hier haben wir Bananen Milk. Die gerade mir. Die ganze haben. Jetzt kommen deine. Hazelnut Nougat. Das finde ich jetzt noch nicht so cool. Ja, ja. Es ist ja hier klimatisch hoch. Chocolate Fudge. Fudge ist ganz cool. Milk Chocolate. Das kann ich mir gut vorstellen. Und. Rich Chocolate. Also wie gesagt. Wir haben vier Geschmacksrichtungen in die Schokorichtung. Nougat. Nougat Hazelnut. Rich Chocolate, Milk Chocolate und Chocolate Fudge. Ich glaube Chocolate Fudge schmeckt am stärksten so. Mein Fausorit von dem vier ist Milk Chocolate. Was denkst du? Ich muss. Ich werde alle drei. Gleichzeitig zubereiten. Und dann muss ich die miteinander vergleichen. Okay, gut. Und hier definitiv früchtige Sorten haben wir. Banana Milk. Ich mag, dass da Milk dahinter steht. Allein, dass da Milk steht. Das schmeckt schon besser. Aber wenn es einfach nur Banane heißen würde. Das ist ein Unterschied, gell. Strawberry Cream. Und. Vanilla Milk. Also ich muss sagen. Strawberry habe ich ja schon nach vorne. Farbe gemacht von ESM. Das schmeckt richtig gut. Und Strawberry Cream ist vielleicht noch so ein bisschen mit so Sahnearoma dabei. Man, das taugt mir. Tja, das war die ganze Bestellung. Sieht auch ziemlich fresh aus in dem neuen Design. Läuft. Guck mal her. Wenn du das schon so schön gestapelt hast. Und du machst Spotlight an. Ja. Mach das gute Licht an. Ja, das Licht kommt von hinten. Deswegen ist es nicht so cool. Nee. Okay. War es so besser? Ich glaube ich kann. Warte. Warte. Ich muss das große Licht an. Ja, so ist besser. Glaube ich. Na ja. Jetzt an dem Punkt haben die meisten Leute hier schon abgeschaltet. Wenn ihr Protein, Pulver oder sonst irgendwas kaufen wollt. Von Fitmart. Dann. Habe ich euch unten einen Link reingemacht. Das ist mein persönlicher Link. Damit unterstützt ihr mich. Und der bringt euch automatisch zum derzeit günstigsten Code. Also ihr klickt auf den Link unten. Und dann steht da, was gerade für ein Code gilt. Je nachdem. Den könnt ihr an der Kasse eingeben und sparen. Danke fürs Zuschauen. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen.